So, wunderschönen guten Abend meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Update Video zu Bitcoin und zu Ethereum. Wir gehen gleich in die systemische Kryptanalyse. Wir schauen uns an, welche Levels müssen gehalten werden, was muss gebrochen werden, was erwarte ich die nächsten Stunden, die Nacht über, das alles sofort, ohne Intro, ohne nichts. Also, ihr habt schon im Thumbnail gelesen, ja es könnte jetzt durchaus schnell gehen bei Bitcoin und vorneweg, ich will mich entschuldigen, ich habe hier in diesem Bereich, ich habe dieses Level, die grüne Box und die blaue Box falsch eingezeichnet gehabt. Ich hatte das High irgendwo hier, ich weiß auch nicht wieso, hat es die Box verruscht oder ich weiß es nicht. Komisch das Ganze, auf jeden Fall sind hier die richtigen Levels drin und das zeichnet jetzt auch ein anderes Bild ab von meinem Trade Setup. Ja, wir waren, vorher waren wir irgendwo hier unten in dem Bereich, ja es sind 100 Dollar, aber diese 100 Dollar, die geben jetzt den entscheidenden kurzfristigen Unterschied, ja, also dieser Bereich geht von 27.277 US-Dollar bis runter zu 26.519 US-Dollar und die blaue Box geht jetzt von 26.747 US-Dollar bis runter zu 25.683 US-Dollar, ja, aber ich muss euch jetzt auch was sagen und zwar etwas, was ich ja schon seit einigen Wochen sage, ja, wir haben hier in beiden Sequenzen, ja, grün und blau, das 100er Extensionslevel nicht rausgenommen jeweils, deswegen, ich sage es ja schon seit Wochen, ja, ich will oder ich gehe davon aus, dass wir 24.000 bis 22.000 US-Dollar sehen, warum gehe ich davon aus, weil wir hier diese Levels hier unten haben, wir haben hier schon einmal runtergegriffen das 55.900, das 55.900 hat nicht gereicht, um neue Highs zu generieren, und deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier zumindest die 24.300 US-Dollar anlaufen können bei Bitcoin bis runter zu den 22.000 US-Dollar. Ich sage es ja schon seit Wochen, ich habe dem Markt hier eine Chance gegeben, die Chance ist immer noch da, ja, ich will es nicht falsch verstehen, die Chance ist immer noch da, dass wir von hier aus nach oben bouncen aus diesen Regionen und dann nach oben durchgehen, es ist noch nicht invalidiert alles, für mich erst invalidiert, sollten wir hier unter die knapp 25.000 US-Dollar fallen, dann werden wir die 24.300 US-Dollar sehen zu 90% würde ich mal sagen, ja, aber so lange muss ich dem Markt einfach die Chance geben, ja, auch wenn hier die Sequenz, die Struktur einfach scheiße aussieht, ja, das sage ich auch schon seit Wochen, es sieht einfach scheiße aus, ich bin erstmal aus Bitcoin und Ethereum komplett raus, für mich sind diese Setups bei Bitcoin und Ethereum nicht klar genug, es kann alles passieren, ich trade, stand jetzt gerade nur Altcoins, ja, Cardano, Chainlink, Solana, XRP, haben klarere Strukturen, aber wir machen jetzt Bitcoin und Ethereum Update, also ich gehe davon aus, vor allem, weil wir jetzt hier mit dem berichtigten Korrekturlevel, ja, danke an Daniel, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, wie gesagt, ich entschuldige mich echt, ich schlafe seit Wochen nicht mehr, seitdem die Kleine da ist, ich wandle zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer, zum anderen Baby hin und her, weil der will auch nicht mehr schlafen seitdem, komischerweise, ruft er mich immer in der Nacht und ich bin, ich sage es ehrlich, wie es ist, ich bin todmüde, ich werde vielleicht auch ein bisschen mit YouTube zurückfahren, dass ich nur noch ein Update-Video am Tag mache, sonst mit Trading und Kleinkindern, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, ich bin nicht ganz auf der Höhe, gebe ich ehrlich zu, also auf jeden Fall mit diesem neuen korrekt korrigierten Entry, sieht jetzt so aus, wir haben jetzt hier wieder vom 50er nach oben reagiert und dieser Move nach oben ist jetzt so klein, dass für dieses Level hier nicht mehr attraktiv für uns ist, ja, das nächste attraktive Level sind für uns die 27.000 US-Dollar, aber auch hier, wie gesagt, kleiner, Long, werde ich probieren, hier beim 61.8er, und zwar werde ich nur hier probieren, beim 61.8er und hier nochmal bei 61.8er, sonst keine Levels, weil wir hier übergeordnete ja nach wie vor von aus bearischen, großen Trendwende-Bereichen nach unten reagieren, ja, und diese ganze Struktur mir einfach nicht gefällt, ja, es sieht einfach scheiße aus und deswegen gebe ich dem Markt, wenn er bullish reagieren soll, nur noch in diesem Bereich, ich persönlich, die Chance, ja, es ist ja jeder, kann er machen, wie er will, es gibt auch die Möglichkeit, hier reinzustopfen, man nimmt ganz kleine Margin, keine Ahnung, 100 Dollar, ja, macht hier 100 Dollar, hier 100 Dollar, hier 100, hier 100, hier 100 bis zu 25.000 US-Dollar, 100 rein, ja, also ganz, ganz klein wäre auch eine Möglichkeit, ja, und dann Stop-Loss einfach hier drunter legen, wo dann das ganze Szenario invalidiert wird, und das wäre in meinen Augen hier drunter bei den 25.000 US-Dollar, wenn wir das rausnehmen, dann, ja, also es ist jetzt keine Trading-Empfehlung, ja, sondern was eine Möglichkeit wäre, weil, wie gesagt, der Markt, ich muss ihm einfach die Chance geben, dass er von hier aus doch nach oben durchzieht, ja, aber es, die Price Action sieht jetzt noch schlechter aus, die sah schon vorher scheiße aus, jetzt sieht sie noch schlechter aus, deswegen, ich persönlich werde mich hier knapp unter den 27.000 US-Dollar lang positionieren und bei 26.300 US-Dollar, sollte das nicht halten, dann gehe ich davon aus, dass wir die 24.000 US-Dollar sehen werden, ja, 24.300, um genau zu sein, 24.400, je nach Trading-Börse, Broker, ja. Jetzt habe ich hier wieder aus falsch eingezeichnet, kann es sein, was ist das? Also, ich weiß nicht, was hier mit Trading-View los ist, oder hat mein Sohn alles verstellt, wo ich gerade nicht am Rechner war und aufgepasst habe. Also, so, 22.222 US-Dollar ist so das letzte ultimative Level, das sollte er halten. Bei Bitcoin, sonst gehen wir unter die 20.000 US-Dollar, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, das hier ist für die nächsten Stunden wichtig, für heute Nacht. Dieser gesamte Bereich kann für den Long genutzt werden, dieser gesamte Bereich kann für den Long genutzt werden. Ich persönlich werde mich aber nur in diesen Levels positionieren, weil einfach der Markt für mich nicht bullish genug scheint und sollte mir hier diese Lows rausnehmen, bei 27.000, ja, 100, 150, dann hätten wir hier auch noch eine Börsche-Sequenz aktiviert, die Ziel-Level tatsächlich eher im unteren Bereich, unter den 26.000 US-Dollar, ja, 26.000 bis 25.400 US-Dollar, sieht nicht gut aus und wenn wir das jetzt weiter spinnen und sagen, wir gehen jetzt hier runter auf die 26.000 US-Dollar, kriegen von 26.000 US-Dollar einen Bounce nach oben und reagieren dann am GKL von dieser Bewegung, ja, sagen wir mal, das liegt ungefähr hier, ja, sagen wir, wir gehen auf die 27.500 wieder hoch in ein GKL und dann gucken wir, die Ziel-Level legen dann tatsächlich bei 23.000 bis 22.000 US-Dollar, also es ist gar nicht so weit hergeholt, dass wir hier runtergehen, knapp unter die 26.000, hochgehen wieder auf die 27.000, 27.500 und dann abverkauft werden, schlussendlich in die Region, wo ich den Markt sehen will, 23.000 bis 22.000 US-Dollar, ja, das ist jetzt etwas weit hergeholt, aber es ist ein mögliches Szenario und wie gesagt, so schlecht, wie die Struktur hier nach oben aussieht, bestärkt sich meine Vermutung, die ich schon seit Wochen habe, dass wir die 24.000 sehen, bestärkt sich noch, aber wie gesagt, ich habe mir meine Levels hier, wo ich mir noch dem Markt noch die Chance geben will, aber es sieht einfach nicht gut aus, Leute. Bei Ethereum sieht es genauso schlecht aus, auch bei Ethereum hier, wir können diese weiße Sequenz eigentlich schon rausnehmen, wir haben hier das PC-Korrektur-Level deutlich rausgenommen, deutlich überkorrigiert, das gefällt mir einfach jetzt schon auch nicht mehr, oder beziehungsweise schon die ganze Zeit hat es mir nicht mehr gefallen. Bitcoin und Ethereum laufen beide nicht bullish, und Ethereum läuft sogar noch bestätigt bearish, ja, übergeordnet auf den 4-Stunden-Time-Frame, seht ihr hier, wir haben hier eine Sequenz, eine große bearish-Sequenz, die ist auch bestätigt, Ethereum hat hier zweimal, aus diesem bearischen Trendwende-Bereich reagiert einmal hier, hat es nicht zum neuen Low gereicht, der Markt geht höher, neues High, und jetzt sind wir auf dem besten Weg, neue Lows zu generieren, auch bei Ethereum werde ich erst bei 1.430 US-Dollar einen Long riskieren, oder werde ich einen Long positionieren, aber auch bei Ethereum dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier eine große Sequenz übergeordnet, eine bearische, die geht auf 1.184, hat sie die C-Level, bis runter zu knapp unter den 1.000 US-Dollar, ja, das ist ja schon seit Wochen Szenarien, wo ich hier euch vermittle, wie gesagt, wir hätten den Markt hier die, oder es kann immer noch sein, dass wir hier bei Ethereum aus diesem Bereich nach oben durchschießen, ja, dieser Bereich von 1.611 bis 1.432, respektive das Alternativ-Szenario, das geht von 1.511 bis 1.300 US-Dollar, beziehungsweise 1.147, ja, der Markt kann von hier aus nach oben noch durchschießen, aber dafür verhält er sich hier einfach in dieser Zone einfach zu schlecht, also Leute, tut mir echt leid hier, ich habe so, meine Augen brennen, ich bin so todmüde, ich sehe schon in dem Bildschirm schon fast gar nicht mehr, ja, also, das ist alles andere als Bullish, was wir hier sehen, schon seit Wochen und, ja, bei Ethereum, wie gesagt, übergeordnet werde ich hier, eventuell schon bei 1.484 US-Dollar, sollten wir so tief gehen, wir können mal gucken, was uns der RSI sagt, RSI sagt, wir hätten noch ein bisschen Platz, wir könnten hier noch etwas stärker abverkaufen, dass wir hier eher in diese Region kommen, von 20, also, wir hätten noch Platz auch bei Ethereum, dass wir hier runter gehen, 24. September, ja, also, wir haben auch auf dem RSI, haben wir hier eine bearische Bestätigung, neue Slow im Markt, neue Slow im RSI, ja, im Vergleich zum letzten, am 24. September, ihr seht's hier, hier war das, Low-A-Low, auf dem Chart, Low-A-Low im RSI, eine bearische Bestätigung, ja, jetzt kriegen wir vielleicht endlich mal den Move, wo ich schon seit Wochen will, und, gucken wir mal, aber wie gesagt, der Markt darf hier raus reagieren und Bullish weiter aufbauen, aber, oder endlich mal Bullish aufbauen, er baut ja nicht Bullish auf, er baut scheiße auf, und, ja, ich würde sagen, das war's auch mit dem Update, Video, mehr kann ich leider nichts dazu sagen, wie gesagt, trade-technisch bin ich hier raus, die Levels sind klar, wo der Markt wenden kann, ja, wie gesagt, das sind die hier, das weiße Kästchen, alternativste, noch das grüne hier, aber, hier in dem Bereich, 1437 US-Dollar, bis runter zu 1300 US-Dollar, werde ich Longs positionieren, ist in großer Bereich, aber, ja, stoplos, jeweils, 4% knapp, und, gucken wir mal, ob das was wird, das war's auch schon mit dem Update-Video, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mehr Wert geben, auch wenn ich total am Arsch bin, also wirklich, es ist Katastrophe, vielleicht, wenn ich mal ein bisschen ausgeschlafen bin, habe ich einen klareren Kopf, und kann euch auch hier, intern, klare Szenarien durchgeben, aber, das hat mir doch schon ein bisschen Angst gemacht, dass ich sogar die Beziehkorrektur-Level falsch angezeichnet habe, also das darf, darf einfach einem professionellen Trader nicht passieren, ja, also von daher, ich hoffe, dass ihr mich unterstützt, dass ihr, es, ein Nachsehen mit mir habt, dass ich nicht voll auf der Höhe bin, und ich würde mich trotzdem freuen, wenn du jetzt auch zum nächsten Update-Video wieder einschalst, morgen kommt noch Matic-Update, nee, Litecoin ist morgen dran, und Bitcoin Ethereum natürlich sowieso, und ja, ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Update-Video, bis bald, euer Joe, macht es gut, ciao, ciao Leute.